Auch wenn sie ganz allein zu Hause sitzen mussten, immerhin mit ihrem Handy virtuell in die 3D-Situation einzusteigen, die waren total begeistert, dass sie endlich mal an diesem hochpartizipativen Lehrformat mit allen anderen Kommilitonen und Kommilitonen gemeinsam teilnehmen konnten. Mein Name ist Ute Festegen, ich bin Professorin für christliche Archäologie an der FAO und ich habe heute eine 360-Grad-Kamera mitgebracht, denn bei dem Projekt, über das ich berichten würde, geht es um Videos. Das Projekt heißt Virtual Excursions und es geht um virtuelle Exkursionen. Wir versuchen mit den virtuellen Exkursionen ganz zentrale Elemente aufzugreifen, die die realen Exkursionen ausmachen, nämlich ein körperliches, möglichst immersives Erleben in einem Raum und mit historischen Artefakten und historischen Räumen und zum anderen eine sehr partizipative Situation für die Teilnehmenden, Studierenden. Zum dritten, dass wir geführte Vermittlung in dem Raum, den wir besuchen, mit individueller Exploration kombinieren. Also diese drei Faktoren sind das, was wir versuchen, in den virtuellen Exkursionen umzusetzen, um diese an reale Exkursionen anzugleichen. Der Unterschied liegt zum einen darin, dass die körperliche Immersion in den Raum, was die Wahrnehmung auch anbetrifft, in der virtuellen Welt sehr reduziert sein kann. Je nachdem, wie man die 360-Grad-Videos konsumiert. Wenn man das über ein Head-Mounted-Display tut, ist die Immersion natürlich ziemlich stark. Gerade was die visuellen und teilweise auch die auditiven Faktoren anbelangt, weil wir immer auch den Raumklang mit aufnehmen, das ist sehr wichtig. Wenn man aber an einem Smartphone oder an einem Computerbildschirm diese 360-Grad-Videos anschaut, ist natürlich diese Immersion nicht so stark gegeben. Das ist völlig klar. Was natürlich dann auch in technischer Hinsicht einen Unterschied macht, ist, dass die Auflösung auf einem Screen nicht der entspricht, die man in der realen Welt hat, wenn man sich in dem Gebäude bewegt und es anschaut. Da kann man sehr stark ins Detail gehen, also quasi skalieren von einem Gesamtblick hin zu Detailansichten eines Objekts oder einer Mauer, einer Wand, eines Fußbodens. Das ist natürlich bei den technischen Möglichkeiten aktuell zumindest noch nicht in dieser extremen Form gegeben, sodass man da andere Möglichkeiten finden muss. Also zum einen ist es natürlich so gewesen, dass wir, wie in den anderen Lehrveranstaltungen auch, die gesamten Inhalte sehr strukturiert auch über Studon bereitgestellt haben. Das heißt, die Studierenden haben immer die Möglichkeit gehabt, oder haben immer gewusst, genau an welcher Stelle sie sich in dem Lernprozess befinden, welche ihre Aufgaben genau sind. Wir haben fast immer auch Foren mit dabei, falls es Fragen gibt oder Tutoren, Tutorinnen dabei, die in direkten Austausch mit den Studierenden treten können. Aber ich bin selbst auch jemand, der auf Anfragen immer sehr schnell reagiert und Studierende, die Schwierigkeiten haben, können sich immer sofort auch an mich wenden. Das ist bei dem Lehrformat genau das Gleiche gewesen wie bei allen anderen auch. Und in der Corona-Situation haben wir die Studierenden auch dadurch unterstützt, dass wir eine Extraveranstaltung angeboten haben, in denen wir mit ihnen ein Cardboard gebastelt haben für ihr Handy, sodass sie die Möglichkeit hatten, auch wenn sie ganz allein zu Hause sitzen mussten, immerhin mit ihrem Handy virtuell in die 3D-Situation einzusteigen. Und wir haben dann auch danach noch, das hat eine Hilfskraft von uns gemacht mit sehr großem Engagement, das war die Alissa Dittes, die hat ein Do-it-yourself-Video produziert, wie man ein solches Cardboard herstellt, hat das auch auf YouTube hochgeladen. Das Angebot ist bis heute da und wird sehr gerne genutzt und angeschaut, um den Studierenden eben Möglichkeiten zu geben, diese Immersionen, die wir erzielen wollten, auch wenn sie alleine zu Hause saßen in der Corona-Zeit, mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen, auch zu realisieren. Das haben wir analog zu den realen Exkursionen gemacht. Das heißt, natürlich ist da auch eine Anwesenheit erforderlich, ja, tatsächlich. Und die Studierenden haben genau wie bei einer realen Exkursion auch ein kleines Handout gemacht. Sie haben einen kleinen Vortrag gehalten, den sie vorher vorbereitet haben, und haben uns gewisse Objekte vorgestellt, also sowohl in Trier und Köln war das so, als auch dann Objekte im Museum der Eremitage, das genauso funktioniert wie bei einer realen Exkursion auch. Und dementsprechend war der Leistungsnachweis genauso erbracht wie bei einer realen Exkursion auch. Und das wurde als Exkursion angerechnet. Ja, das Format wurde sehr gut rezipiert von den Studierenden. Wir haben verschiedene Evaluationen durchgeführt, unter anderem auch eine eigene auf Studon, die eben speziell Fragen zu dem Format gestellt hat. Und die Studierenden haben uns zu unserer Freude geantwortet, dass sie auch gerne in Zukunft auf virtuelle Exkursionen reisen würden. 80 Prozent haben das mit Ja beantwortet, 20 Prozent mit Vielleicht und niemand mit Nein, was uns gezeigt hat, dass die Akzeptanz doch sehr hoch ist. Und auch in der Lehrveranstaltung selbst haben wir von den Studierenden sehr positives Feedback bekommen. Die haben in den Feedbackgründen immer gesagt, dass sie viel Spaß dabei hatten, gerne mitgekommen sind. Und vor allem auch Studierende, die aus welchen Gründen, persönlichen Gründen auch immer, nicht gerne an realen Exkursionen teilnehmen oder aus Zeitgründen zum Beispiel auch nicht teilnehmen können, weil sie Care-Arbeit leisten müssen zu Hause. Die waren total begeistert, dass sie endlich mal an diesem hochpartizipativen Lehrformat mit allen anderen Kommilitonen und Kommilitonen gemeinsam teilnehmen konnten. Tatsächlich würde ich im Moment gar nicht so viel anders machen. Ich würde sehr darauf hoffen, dass wir vielleicht dann in ein paar Jahren zum einen in einer finanziellen Situation sind, dass wir uns entsprechende Displays leisten können, die Technik auch so weit ist, dass wir das in unseren Lehrveranstaltungen einsetzen können, und dass wir die Möglichkeit haben, gemeinsam in einer Gruppe mit den Head-Mounted-Displays dann im Raum, während wir die anderen sehen und interagieren können, dann einzutreten. Und ansonsten fand ich unser Konzept nach wie vor gut, also die Ansätze, die wir verfolgen, die Ziele, die wir verfolgen, die Ursachen, weshalb wir dieses Projekt geplant haben, eben vor dem Hintergrund der Klimadebatte, politischen Schwierigkeiten in den entsprechenden Regionen, Krisen, Krieg, das sind alles Aspekte, die mich heute noch mehr als vorher eigentlich dazu bringen würden, so ein Projekt anzufangen. Ja, also wir möchten das Format natürlich sehr gerne weiterführen. Wir werden das ergänzend im Portfolio haben, jetzt, wo die realen Exkursionen wieder möglich sind, werden also vielleicht an Orte fahren, an denen wir aus Klimaschutzgründen nicht reisen würden, an Orte vielleicht, die Studierende gerne besuchen wollen, die wir aber aus politischen Gründen im Moment nicht aufsuchen können, oder an Museen, die im Moment im Umbau sind und geschlossen. Das heißt, wir werden das Format weiterbehalten, werden es weiterführen, können da auch auf studentische Fragen eingehen und Wünsche eingehen. Wir nehmen die 360-Grad-Kamera auch immer mit. Das heißt, bei unserer letzten Exkursion nach Ravenna haben wir auch eine Menge Aufnahmen gemacht. Und natürlich würden wir gerne die verschiedenen Rezeptionsmöglichkeiten noch stärker durchspielen als bisher. Das heißt, wir hoffen auf eine weitere Entwicklung der Technik, dass wir auch die Chance haben werden und die Mittel haben werden, an der FAO mit entsprechenden Displays zu arbeiten, und an der zweiten Head-Mount-Displays zu arbeiten, die transparent sind, wo wir dann eben auch ausprobieren können, wie das ist, wenn wir uns gemeinsam im Raum sehen und uns gemeinsam in der virtuellen Welt bewegen und diskutieren können. Und natürlich würden wir sehr, sehr gerne das Ganze auch in einer Cave ausprobieren. Und das Allerschönste wäre, wenn wir eine solche Cave auch an der FAO hätten. Wir können noch einmal auf einer Seite schließlich nach Rudel pense. Aber, dass wir gerade viele Punkte tun haben wir. Das Allerschönste qu cheat. Vielen Dank.